Sobald in deinem Verstand ein Zweifel auftaucht, kann es sein, dass der Mensch aus der Mitte kommt, wenn er diesem Zweifel Kraft gibt. Zweifel grundsätzlich macht Angst. Das heißt, die zweite Stufe des Zweifels ist einfach die Angst. Die dritte Stufe nach der Angst ist die Krankheit. Weil jeder negative Gedanke, dem du Kraft gibst, setzt Strukturen in deiner Aura. Hier so, setzt einen Strukturen so dicke Knotenpunkte, wo die Energie nicht durchfließen kann. Das stoppt dann, weil du dauernd zweifelst. Und dadurch, durch dieses Stoppen, ist das System aus der Mitte, du selbst bist aus der Mitte und es entstehen Schmerzen am Körper. Die vierte Stufe wäre, aus diesen Schmerzen entsteht eine Krankheit. Es ist jetzt ganz kurz erklärt, wie es ist, wenn man zu zweifeln beginnt. Und grundsätzlich ist jeder Zweifel eine Illusion des Verstandes, weil der Verstand manches nicht verstehen kann. Das bedeutet ja jetzt nicht, wenn der Verstand etwas nicht versteht, dass ihr es im Herzen auch nicht versteht, sondern gerade deswegen, weil ihr es im Herzen versteht oder verstanden habt, beginnt der Verstand zu zweifeln, weil er das nicht fassen kann. Weil das etwas ist, was man nicht logisch erklären kann, was man nicht irgendwie eben genau mit wissenschaftlichen Belegen hinterlegen kann, dann ist der Verstand eben aufgeschmissen. Und dann zweifelt er das ganz normal. Aber ihr wisst für euch, sobald ein Zweifel auftaucht über etwas, was aus dem Herzensimpuls kommt, oder über eine Energiearbeit, die ihr macht, ja, die ihr gelernt habt, dann wisst ihr, dass das nur eine Illusion des Verstandes ist. Und dann könnt ihr damit leichter umgehen, dann lasst ihr die Zweifel wieder ziehen. Macht ihn nicht zu euch selbst. Jeder Zweifel bringt Angst und macht schwach. Wer will jetzt schon Angst haben und schwach sein? Das will ja niemand. Aber das ist die negative Struktur, welche euch eben, oder welche allgemein, die Menschen schwach macht. Grundlage ist das Vertrauen. Das Vertrauen in sich selbst, das Vertrauen in die eigene Seele, in die Seelenführung, durch die Herzensimpulse, die eben da sind, die geschickt werden von der Seele, damit ihr euren Seelenweg erkennt. Weil die Seele weiß genau, was gut und richtig ist. Und deswegen kommen ja die Impulse, mach jetzt dies, tu jetzt das. Deswegen habt ihr dann diese Herzensentscheidung, seid vollkommen begeistert. Und dann eine halbe Stunde später kommt der Verstand und sagt, Quatsch, das brauchst du jetzt nicht. Oder das kannst du nicht. Oder was auch immer dann für Glaubenssätze hochkommen. Und wenn man dann da reingeht, gibt man dem Zweifel eben Kraft. Und dann, je öfters man dem Zweifel Kraft gibt, dann entsteht Angst. Und diese Angst ist eben der erste Schritt zu einer Krankheit. So ist es. Und wenn man das weiß, kann man sein Leben besser steuern. Wenn jemand was nicht annehmen kann, ist er halt auch noch nicht bereit, dieses anzunehmen. Und dann darf man auch nicht insistieren und sagen, du musst und das stimmt. Und ja, jeder hat ja seinen freien Willen. Und wenn das Gegenüber eben nicht so weit ist, dann lässt man es so, wie es ist einfach. Und spricht nicht länger über das Thema, weil es hat ja keinen Sinn. Also daraus entsteht letztendlich, könnte eine Diskussion entstehen. Und Diskussionen sind Energien der Dualität. Da will immer einer Recht haben. Man kann über Dinge nicht streiten, die sind. Es gibt Dinge, die einfach so sind, wie sie sind. Da kann man nicht drüber streiten. Und dann empfehle ich einfach, rauszugehen aus der Energie und nicht weiter darüber zu reden. Also gerade im normalen, alltäglichen Leben entstehen oft so Situationen. Oder gerade wenn es um die Spiritualität geht, da sind ja nicht alle Menschen offen dafür. Und dann sollte man nicht versuchen, diese Menschen zu überzeugen davon, dass es Energie gibt, dass es geistliches Heilen gibt. Sollte man niemals überzeugen, denn man kann es nicht überzeugen. Es ist etwas, was existiert und was da ist. Und von daher einfach akzeptieren, dass der Mensch noch nicht so weit ist. Wenn es für ihn richtig ist, würde er es irgendwann verstehen. Und dann eröffnet sich diese Welt für den anderen Menschen. Und wenn es jetzt noch nicht so weit ist, dann ist es okay. Ist auch gut.